Hoffentlich greift er nicht an. Oh Mann. Was können wir da laden? Irgendwas anderes. Ja, jetzt haben sie eine Milliarde Luftabwehreinheiten gebaut. So, schnell aufbauen. Schnell aufbauen, habe ich gesagt. Dann haben wir alles bis auf die hier. Ah, da unten haben sie wieder kein Wasser. Und erst mal verteilen. Machen wir direkt Trooper draus. Die noch Wasser brauchen. Kommen nicht an diese Scheiß-Basis ran. So, das werden die V, hinten die B. Ja, wahrscheinlich hätte ich mich das doch bei den Luftabwehrsachen lassen können. Nein. Ach, Miststück. Es feuert zwar alles, aber das würde nicht reichen. Ja, wahrscheinlich eher nicht. So, Feuer einstellen. Sind die alle fertig? Ja, bis auf einen. Ja, ich wünsche, ich könnte jetzt mal zentral, dass ich mich drum herum stellen kann. Aber das hier ist irgendwie nervig. Ja, und ich dachte schon, die... Äh, das geht's... ...nervlos von der Bühne. Äh, von... Von der Bühne? Ja, doch. Weil ich einen kurzen Moment verwirrte. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr Luftabwehr. Einheit wurde fertiggestellt. Ist das so? So, jetzt können wir die alle mit V nochmal eine Stufe verbessern. Und ich wette, jetzt kommt direkt der nächste Angriff. Angriff würde mich wundern, wenn es anders wäre. So, was machen wir aus denen? Ich weiß es nicht. Dort sind schon wieder welche, die nicht... Halt! Ne, ne, das war schon richtig. War in Ordnung. War in Ordnung. Abwehrturm. Jetzt. So, was können wir aus denen machen? Männchen Princes. Gebäude wurde fertiggestellt. Machen wir aus dem Rest. Einheit fertiggestellt. Eigentlich das Gleiche, ne? Wir bräuchten aber mal mehr Einheiten. So, ich würde sagen, bis auf die, die sich jetzt mal vermehren, werden die jetzt auch mal zu Turuban gemacht. Ja. Dann werdet ihr Turuban und ihr geht hin und mehret, vermehret euch. Einheit verloren. Ist das so? So schlecht. So. Ihr vermehrt euch. Welche Einheit habe ich noch verloren? Einheit wurde fertiggestellt. Welche Einheit habe ich verloren? Das würde ich gerne wissen. So, das wird's. Luftabwehr mit B. Luftabwehr. Ja. So, hier stehen zumindest die Bodentruppen. Läuft. Gebäude wird angegriffen. Na ja, da sieht man's. Da sind aber dann die... Ach, da sind die grünen. Die haben was auch noch Einheiten. Interessant. Laufen aber irgendwie... Einheit fertiggestellt. Nur merkwürdig hin und her. Moment, wieso sehe ich denn... Moment mal, was ist denn jetzt los? Was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Wieso sehe ich die nicht auf dem Radar? Oder ist das so... So eingeschränkt? Das kann doch nicht sein. So, machen wir einmal hier zu. Und der Rest... Ach komm, machen wir sie alle zu denen. Läuft. So, und die werden jetzt zu... Eigentlich grenadieren, ne? Grenadieren sind das, was wir am allermeisten brauchen. Mehr oder weniger. So, die können wir wieder zum, äh... Zur Prinzessin machen. Okay, ähm, was haben wir hier noch? Was zum Vermehren wieder? Ja, das macht ihr mal alle. Ah, dass ich hier nicht rankomme. Das ist irgendwie ein bisschen unangenehm. So, stopp. Ihr werdet alle zu weiteren Troopern. Blockieren sie leider das ganze Wasser. Clever, clever. Wo ist denn Wasser? Ne, da kommen sie nicht ran. Okay. Dann, äh, dann nicht. Aber was ist das hier für ein Quatsch? Da patrouilliert doch irgendwer. Erzähl mir nix. Erzähl mir nix. Ich muss eigentlich sowieso mal wieder nach da oben fahren und nach dem rechten sehen. Was ist denn hier los? Verätzt? Komisch. Ja. Kleinvieh. Aber wir sind hier auch grün. So. Stopp. Früher entfernen wir es hier rum. Gerückt. Was machen die hier? Ich verstehe es nicht. Hier war ja mal eine Basis von unser eins. Wahrscheinlich haben wir jetzt hier ein Wasserreservoir und bauen hier was ab oder so. Oh, hier sieht man ja gar nichts. Alles grau. Grau in grau. Okay. So. Basis. Gesichert. Na, von mir aus. So, wir sitzen hier aus. Welches? Oje. Krass, dass das nicht reicht. Sag mal, ich... Meine sind sofort zerplatzt, wenn ich das gemacht habe. Wieso deren nicht? Ja, zumindest die Gebäude vorgehalten, so ein bisschen. So, jetzt geht's ins Kreuz. Schön, ein paar Blaster ins Kreuz. Moment, ist das die letzte Mission? Zum Beispiel deswegen... Ach nee, Quatsch. Danach kommt ja noch diese Überraschung. Dann ist es die vorletzte Mission, oder? Oder wie, oder was? Ich will trotzdem gerne wissen, wenn ich sie hier hinstellen. Vielleicht vor die Abwehr. Ich glaube, das ist das Beste, was ich machen kann. So, wir haben ein Luftabwehrgebäude. Läuft. Ähm, ja. Das sind eigentlich die Nummer drei, ne? Ja. Ja. So, hoffen wir mal auf das, äh, auf das Beste. Oh je, jetzt müssen die erstmal hier raus. Formationen, vielleicht ein bisschen enger gefasst. Oh je. Ach ja, da war ja was. Aber ist mir relativ wurscht. Ich lad den Scheiß einfach nochmal. Bevor wieder alles... Ach, nicht doch. Die Spacken hatte ich noch gar nicht platt gemacht. Egal. Ja, das kann aber dann er machen. Der müsste es alleine hinbekommen. So, was haben wir hier gesagt? Ihr seid die Nummer... Nummer drei. Und ihr seid Enkel. Streckt. Oder was auch immer. Ähm. Ja, nehmen wir euch dann... Oh Gott. Erstmal alle hier unten. Erstmal hier unten hin. Ja, ich wollte gerade Alt-G drücken. Aber ich glaube, das geht nicht. Alt-G nicht. So. Entfernen. Der Feinde. Tja. Weg mit euch. Ich glaube, die haben wir wirklich schon entfernt. Können wir hier vielleicht die Basis angreifen? Ah, das geht. Tatsächlich. Das ist ja spannend. Okay. Okay. Nervsdecke kommen. Aber unsere Abwehr steht. Das dürfen sie nicht hinbekommen. Nein. So. Jetzt sind wir fast wieder an einem vernünftigen Punkt angelangt. So. Ihnen geht's gut. Dann geht's auch mir gut. Für alle, die nicht fertig sind, kommen jetzt mal wieder zum Wasser. Oh je. Nicht blockieren. Bitte nicht blockieren. Nicht blockieren. Nein, 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 nein. Oh. Okay. Ich hab das schnell gespeichert. Ich sag's bloß. 10 Minuten maximal, bis ich, äh, werde ich zurückgesetzt. Ihr Gebäude wird angegriffen. Ah. Das ist also keine Option. Komisch. Dann, äh, gut, dann nicht. Ich hab hier auch wieder zurückziehen. Standardmäßig. Ich mach mal einen mit. Ja, leider ist alles irgendwie abgezirkelt hier. Unangenehm. So. Das hätten wir also auch, ähm. Ja. Die bitte mal zum Wasser. Und die, die schon Wasser haben, die machen wir zu, zu Guardians. Vielleicht auch nicht auch welche gebaut? Ach ja, stimmt. Äh, ihr werdet mal zu... Oh, Luftabwehr, Defender, genau. Und wir haben die kein Wasser. Nur die hat keins, okay. Äh, ihr könnt, äh, euch wieder vermehren. Und die anderen werdet zu Troopern. So, er hat wieder volle Energie. Alles klar. Äh, was machen wir da? Ich würde sagen, wir schnappen uns mal ein paar von denen. Jetzt greifen wir tatsächlich mal an. Einheit wurde fertiggestellt. So, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Und das. Das sind alles die... Unsere guten Dreier. Den lassen wir hier stehen, logischerweise. So, die lassen wir mal vor. Danach mit Granaten von hinten mit dazu drauf. Die müssen wir leider erst mal stehen lassen. So, mit denen, was machen wir? Oh, die müssen natürlich auch mit. Die können wir hier mal reinstellen. Ja, das ist natürlich ein netter Versuch. Nett gemeint, aber irgendwie... Irgendwie merkwürdig. So. Jetzt können wir mal entfernen, diese Dainmas-Geschichten. Leider, Luft-Einheiten... Keine so gute Idee. Wegen der ganzen Apollos hier. Und wieso kann ich nur noch einen halben Meter weit sehen? Die haben doch gar keine Schatten-Geschichten. Aber da bräuchte ich da so eine komische Margin Queen. Das kann natürlich auch sein. So. Die vermehren. Und die zwei machen mal... ...ein True World aus sich. Guardian. Okay, noch Margin Princess. Sowas hätten wir gerne. Kämpfen wir jetzt mal mit ein bisschen härteren Bandagen. So, hier sind... Machen wir einfach aus denen einen Einzertrupp. Und der Rest... Hier reize ich einfach ein. Halt. Oh, das ist natürlich ganz ungünstig. Ach Gott, scheiße. Das hatte ich schon wieder ein bisschen vergessen. So, er geht auf die Einheiten los. Und hilft jetzt ein bisschen mit bei den Gebäuden. Zwillingstürme entfernen. Gerne. Oh, ein bisschen zurückziehen. Wir müssen die Heilung mitnehmen. Boah, das hört echt ganz schön rein. Diese komischen Scharfschützen. Also, die sind die eigentliche Bedrohung. So, wir warten einfach ab. Oh, Charon. Übel. Obwohl. Nee, die halten nichts aus. Die halten ja fast nichts aus. Ja, bleib mal kurz sicher. Einheit verloren. Ach, dieser Elektroscheiß-Dreck wieder. Oh, nee. Und die gesamte Armee. Also, kann man ja erzählen, was er will. Das ist ein Haufen Scheiße. Also, das ist ja so ein Quatsch. Dass die sich durch alles durchfressen und direkt maximalen Schaden machen. Nee. Also, bei allem was recht ist, das ist totaler Schwachsinn. Margin Queen. Was machen wir aus dem... Hä, hab ich das nicht schon gemacht? Okay, hier. Verteilen. Defamieren. Und du wirst ein Defender, ein Luftabwehr. Ach, nicht doch. Nicht doch. Ach, ist das Scheiße schon wieder. Das macht einfach keinen Spaß. Ah, ja. Hab ich das dann gespeichert nach dem Angriff? Ich glaub nicht. Also, alles ist irgendwie immer super, bis diese beschissenen Arschbacken aus der Luft angeflogen kommen. Dann ist immer... Dann ist sofort... Die ganze Scheiße nochmal. Ich krieg einen Anfall, ey. Einheit fertiggestellt. Nee, das macht echt keinen Spaß. Das ist nur noch Scheiße. Ja, wahrscheinlich soll ich am laufenden Band Horden von Gegnern in den Feind reinpumpen. Aber das macht... Das nützt ja auch nichts, ne? Ich muss einzelne dicke Einheiten produzieren. Also, das mit der Luftabwehr schenke ich mir jetzt einfach mal. Scheiße auf die fliegenden Ratten, das muss dann halt der Chef machen. Notfalls holen wir die anderen dazu. Ja, vielleicht werden die nicht abgeknallt. Ist ja auch wurscht jetzt. Wie man es macht, ist eh scheiße. Von daher, wen juckt's? Können wir ja auch nichts Gescheites machen. Eins kriegt die dazu. Läuft. So, schade die auch nicht großartig. Was soll's. Ne, ich find das echt richtig beschissen, muss ich sagen. So, und die werden zu der Queen. Und dann machen wir die zu diesen Panzern. Was mit denen? Das sind die Guardians, die gar nichts bringen. Das ist eigentlich gar nichts, die hier heißen. Oh. Jetzt werden sie rausgedrückt. Ne, oder nicht? Wieso kann sich der nicht bewegen? Können die anderen jetzt raus? Muss ich hier den... Oh, jetzt muss ich hier einzelne Einheiten zum Gegner führen. Ist das ein Schwachsinn? Was soll sie mir keinen Schaden machen? Einheit fertiggestellt. Ja. Komm, wir machen mal ein bisschen Platz. Die wissen sowieso nicht, was sie wollen. Toll. Also das ist quasi ein Bomber, der tatsächlich was aushält. Also alle Bomber sind scheiße, nur der Ripper nicht. Der ist super. Also das hätte ich ihn davon halten. Lass mal den Chef durch. Der Chef hat einen Auftrag. So, Feuer. Einmal noch, komm. So, weg das Scheißding. Aber das ist die ganze Armee mit... diesem beschissenen Kack hier verzerplatzt. Das ist doch so für ein Arisch, oder nicht? Aber eine Riesentruppe ist sofort weg. Aha. So. Hier die... komischen... Menschen, Ladies. Ja, gut. Aber da... Allein deswegen... Wo kommen diese Einheiten her? Die werden irgendwo da wieder reingespawnt. Der cheatet doch, der Hund. Jetzt sehe ich mal nichts. Der cheatet. So. So, mal schön auf die... äh, Gebäude losgehen hier. So. Können wir die da unten hinstellen und trotzdem noch irgendwie... Heilung erfahren? Ja, können wir. So, das speichere ich jetzt einfach mal. Ähm, saves kam ich mich hier durch die Basis. Das ist mir so egal. Aber er muss halt vorne alleine stehen. Und ich muss den Überblick haben. Also von oben schön... Reinkieken in die Basis. Hallo. Achso, die Abwehrgebäude an sich sind das. Ja, ja, okay. So, wie weit kann ich denn? Wie weit darf ich denn nach vorne? Das hier ist noch genehm. Das ist natürlich toll. Gut. Ähm, geht mal einen Meter vor. So, es darf bloß nicht die dümmliche Abwehr stehen. So, stopp. Äh, ich kann nicht mehr Position halten. Genau. Genau das war das Wort, das ich gesucht habe. Also genau wie am Anfang, so wie wir begonnen haben, so werden wir es beenden. Wir werden schön aus der Entfernung mit der Artillerie alles wegrotzen. Da haben wir jetzt keine Ari-Mopeds mehr, sondern jetzt haben wir wandelnde Ari. In Form von irgendwelchen... Was auch immer. Da kann ich mir das hier auch schon wieder schenken, ne? Ähm... Green. Die machen wir dann zum... Ja, Tank brauchen wir jetzt nicht mehr. Das ist halt die härtere Variante, ne? Welche Einheit? Oh, ne. Haha, leck mich am Arsch, ey. Leck mich an dem Arsch, äh. Das ist mir so egal. Die ist einfach entfernt jetzt, du Scheiß-Gegner. Geh mal einen Meter vor. Ja, ist ja okay. So, da kannst du nicht einfach das untere Gebäude entfernen. Und du kannst doch einfach mal da bleiben. So schwer ist es nicht. Ja, gut, dafür sind sie ein bisschen zu... So, jetzt ist hier wenigstens Ruhe. Ach, schön. Schön ist es. Jetzt kommt da ein Crusher. Daimus. Ah, da oben. Ach, reicht nicht ganz für die Heilung. Scheiß die Wand an. Weg damit. Nächstes. Rackengesicht. Kacke. Mein Gott, hätte ich mal vorher drauf geschossen. Wenn ich nicht weggelaufen hätte, hätten wir es geschafft. Ach, ist das nervig. Kann er nicht auf das obere Modul schießen? Ich frage jetzt mal. Ganz doof. Kannst du auf das obere Modul schießen? Das Kampfmodul, geht das? Ja, das geht. Aber es nützt nichts, weil Schaden da falsch ist. Der Schaden, der falsch ist. So, kurz mal reparieren. Vielleicht müssen wir vormarschieren. Ich will erstmal wieder die Energie volltanken. Ey, noch kommt. Oh nein, da kommt ja schon der Hund. Der dreckige. Ah, genau. Heilt sich zum Glück. Ey, Spassi, mach das Ding weg. Stopp. Was ist das für ein Haufen Scheiße gerade gewesen? Entschuldigung. Aber, äh, was war das denn? Wieso hat er sich gerade wieder gepisst? Der steht doch hier günstig und er läuft dann einen Meter zurück. Warum macht er das? Nicht. Nicht zu fassen. So, nächstes Gebäude. Oh, jetzt muss ich mir das klein fiehen. Shit, jetzt kommt der nervige Sack. Und wir helfen einfach mit. Ach Gottchen, da ist ja schon was. Anfeind. Okay. Ne. Müssen wir kurz hier mitspielen. So, sofort zurück mit uns. Oh, die Unten sind schon weg. Oh oh. Oh, jetzt spawnen wieder irgendwelche Scheißeinheiten irgendwo rein. Die können schon wieder aus der Haut, aus der Haut springen oder aus der Hose fahren. Hier auf dem. Ist das ein nerviger Dreck, oder? Kommen wir waschieren einfach mal außen rum. Können wir irgendwie mal... Jetzt hat man vielleicht mal sinnvolles machen. Oh. Schmerzhaft. Okay, abhören muss ich jetzt einmal. Was ist das überhaupt für ein Quatsch? Wo kommen die her, Mann? Und die Zweitbasis haben die etwa frech. Sie sind in der Zweitbasis aufgebaut irgendwo. Was ist das schon wieder für ein Dreck? Ach so, das sind diese, ich berühre dich und du bist tot. Scheißeinheiten, da haben sie sich auch was Tolles einfallen lassen. Ja. Mach den mal weg, den Dicken. Hier kann mal was Sinnvolles gehen da hinten, ihr Deppen. Gehirn, 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 einmal mit Gehirn. Oh, Idioten kommen. So. Wer hat doch geheilt. Oh, der hat ja keinen Bock geheilt zu werden. Ich kann raus rosten. Oh. Einheit wurde fertiggestellt. Okay, ich muss vielleicht auch mal ein bisschen mehr angreifen hier hinten. Aber sobald ich zu nah rangehe, äh, sobald ich zu nah rangehe, ist leider verärmt. Okay, das ändert mal wieder um. Nein, 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 nein. Ach, leck mich, Mann, bitte. Einheit wurde fertiggestellt. So, du bist die Eins. Der Rest fliegt einfach raus. Die braucht keinen Mensch, die Idioten da unten. So, wie gesagt, wir wollen Meter vor, aber nicht zwei Meter, bitte. Achso, das ist auch wieder schlecht. So, soweit das hier. Platz, äh, la, 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 la. Hier ist geplatzt, ne? Jawohl. So. So. So, der Startmodul alles mal entfernt. Startmodul. Ja, sowas in Richtung halt. So, dann gehen wir da rüber. So, die zwei, der zwei geht's auch gut. Halt, Karte eingedreht. Weiß ich, Karte richtig rum. So. Nein. So, da stehen sie ganz gut, glaube ich. Stopp. Oh je. Nein, nein, mal hier hoch rein. Ja, ja, ja. Aber die haben keine Basis mehr. Bahn, die hätte mal hier hoch rein, müssen wir denen kommen. Oh je. So, keine Produktionsgebäude mehr. Und wir haben einen Haufen Scheiße, und einen Haufen Gegner, und einen Haufen Einheiten, also haben wir gewonnen. So, Luftopfer steht auch, hervorragend. Eins von den beiden Krabbelviechern können wir nach oben holen. Arschlecken, wir holen einfach alles. Oh, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Halt, die können ja gar nichts. Die können ja nichts. Werde immer zu. Also sehe ich, der Defender, nein. Wir müssen erst die guten aus euch machen. Oh Gott, das wird wieder nix. Egal, die Basis ist eh tot. Die Basis ist tot. So. Eins und der, jetzt sind sie wieder vereint. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Ja, lass ihn mal vor. Nett gemeint, aber komm. Denken wir doch mal logisch. So, und danach kommt noch die Idee-Basis, und dann ist gut. Was für ein nerviger Scheißdreck. Aber das heißt noch lange nicht, dass es vorbei ist. Das kann doch sein, dass die jetzt... Einheit fertiggestellt. Weil sie halt weiter aus dem Nichts irgendwie die Einheit gespawnt bekommen. Oh, zum Beispiel so. Genau. Einheit verloren. Welche Einheit? Hoffentlich nicht den Dicken? Nee. Ach so. Ah, da grillen sie mich wieder. Und die kommen wo her? Ja, ich weiß es nicht. Stimmt, eine Zweitbasis, die Schweinebande. Oh. Okay. Das Scheißding ist schon mal weg. Junge, Junge, Junge. Hoffentlich kommt jetzt die Basis. Die Nachricht. Jawohl. LL-C ist vernichtet. Was für ein Dreck, oder? So, was noch mit denen? Nichts. Was? Oh, natürlich. Arschlecken. Arschlecken. Das ist mir so scheißegal. Ich werde mich hier durchsavesgammen, dass es gerade so... Dass die Schwarte, die Biss, die Schwarte kracht. So scheißegal ist mir das. So. Hier zwei. Hier zwei beiden. Oh nee, jetzt kommt das schon wieder. Oh, Leute. Jetzt sind wir mal gut mit der Scheiße hier. So. Schieben wir uns mal hier schön zur... Ach, die ist schon... Ach, jetzt... Ja, klar. Und der schießt auch nicht zurück, ne? Fällt ihm gar nicht ein. Position halten, oder? Ja, aber... Normal gut. Hier jetzt ist man nicht so gut. Nerv, Nerv, Nerv. So, was nennt der nächste Droppe? Vor allem, wieso sehe ich das nicht? Ich hab da diese komischen... Die da. Naja. So, die nicht fertig sind wir wieder da hin. Die werden... Stimmt doch gar nicht. Bitte lügen sie mich nicht an. So, Trooper hier oben. Und auch die Super Trooper, oder? Na, die zu weit wegstehen. Die sind ja Super Trooper. Was ist das denn hier? Defender. Aha. Irgendwie Luftziele. Na gut. Na gut. So, ich muss jetzt eigentlich mal... Mich hier zentral sammeln. Aha. So, wird langsam... Wird langsam Zeit, ne? Mal ein Hirn hier machen wir auch noch mit. Äh, dazu. So, die können sich mal... Sonst wo... Können mich mal sonst wo. So. Mehr von euch. Und ich hab auch langsam keinen Bock mehr, mich hier, um die... Um die ganzen kleinen Scheißflieger zu kümmern. Ähm. So. Ist ja ganz nett eigentlich so, aber... Äh, irgendwann ist auch mal gut. Was sind das hier Trooper? Das sind... Auch Trooper. Wieso? Achso. Sind noch nicht alle fertig. Aber ich schätze mal... Luftanhalten haben wir ja sowieso... Nur die paar. Die Hand voll. Einheit wurde fertiggestellt. Das ist aber schön. Ist das nicht schön. So, Luftabwehr haben wir auch. Wenn wir es nicht brauchen. Ich weiß es nicht. Ach, hier war ja mal irgendwas im Norden. Da wurden wir auch mal angegriffen, ne? Hier irgendwo waren mal Strahlen, als wir den Weg gehen wollten. Und so, hier haben wir Strahlen gegen geflogen. Aber hier ist nix. Gut. Fangen wir schon mal, ich sage, beknackt an zu strahlen. Einheit fertiggestellt. Vielen Dank. Ähm. So, die Troopers sind... Bereit, um... Aufgebaut zu werden. Die hier... So. Wo fehlt noch was? Hier ist auch wieder was. Die tanken auf. Alles klar. Aber ich glaube, die haben wir so am Anfang hart getroffen. Da ist nicht viel. Wahrscheinlich haben wir ihnen ihre einzigen Ressourcen weggenommen. Also war das perfekt, dass wir die zumindest mal... Ist das alles? Das ist alles, was von unserem Trupp hier übrig ist, ne? Ist wahrscheinlich so ein beschissener Elektro-Umbann wieder durchgeflogen. Ah, das ist ja nervtet, echt. Von wie krass das ist. Die haben mich ja schon am Anfang bei der Idee so abartig genervt. Welcher Schwachkopf hat das denn für eine clevere Idee gehalten? Wir fliegen an... Und die ganze Armee ist weg. Einfach... Einfach mal so. Ja. So, Troopers. Ihr werdet zu diesen hier. Und ihr marschiert einfach mal... Ich glaube, das war sowieso schon... Das war's schon, oder? Einheit fertiggestellt. Ach, die muss ich ein bisschen eingegraben. Bei mir sah es nicht so krass aus. Okay. Position halten. Aber wenn wir die Luftabwehr haben, sieht es gleich ganz übel aus. Ah. Das sind tatsächlich Luftabwehr-Einheiten. Was macht er? Er... Folgt den Feind. Wer folgt den Feind? Ne, oder? Ey, da hörst du schon wieder diese Kackviecher. So, sie kommen aus dem... Aus dem Norden. Also werden die reingespawnt. Die werden irgendwo im Nordosten werden die gespawnt, die Scheißviecher. Kamen bisher immer von oben, sind nicht hier angelandet. Sind immer unten von oben im Nordosten gekommen. So, kann ich euch irgendwie helfen? Einheit wurde fertiggestellt. Das ist aber toll. Ähm. Oh. Prinzesschen. Prinzess Böhnchen. Schicken wir nach vorne, oder? Die Halbprinzessinnen sind noch nicht fertig. Die müssen jetzt zum Martian... Zum Menschenqueen müssen sie werden. Hier haben wir Menschenqueens. Die sind auf dem Weg. Hier sind die Martianladies. Ich würde sagen, fast alle machen wir jetzt mal... Minus... Minus die machen wir zu... Troopers. Und die... Vermehern sich da oben weg. Oh. Shit. Ich hätte vielleicht mal ein bisschen was an einfachem Zeug mitschicken sollen. Reparatur und so. Äh, ja. Das war nicht clever. Weiß. Oh, Mann. Mittlerweile ein Punkt, wo ich keinen Bock mehr habe, mich um die zu kümmern. Weil es langsam ein bisschen Überhand nimmt. Welche Einheit kann was? Zu welchen muss sie nochmal ausgebaut werden? Und so weiter. Das ist, äh... Komm, die Menschenqueen. So, die laufen. Die laufen nicht. Ach Gottchen. Äh, ja. Schicken wir mal ein paar da runter. Das fällt mir jetzt... Einheit fertiggestellt. Jetzt fällt mir das natürlich ein. Hervorragend. So. Die, die fertig sind. Wenn wir jetzt nichts sind. Na gut. Braucht mich ein bisschen mal was an... An Abwehr. So, jetzt mal gucken. Wir brauchten... Die haben nur noch... Nur noch, ähm... Gebäude. Machen wir einfach mal die... Arachnian... Terminotron. Alter, das. Nicht wirklich, oder? Ja. Schön wieder in den Rücken gefallen. Diese Ratten. So, wo sind die Vierer? Oh. Die hab ich nie reingeschickt. Oh. Shit. Wieso ist er jetzt dahin gelaufen? Oh, das war vor der ganzen Scheiße. Ich krieg langsam zu viel. Ich hab keinen Bock mehr. Stell die Scheiß-Einheiten halt irgendwie da hin. Meine Fresse. Ist das ein nerviger Scheiß-Dreck? So, ist er das? Jo. Stimmt. Ja, hier in der Mitte. Vielleicht spawnen die wirklich genau im Zentrum. Oder haben die eine Scheiß-Basis? Die haben es nicht gerafft. Einheit fertiggestellt. Hier oben war ja mal eine kleine Kinder-Basis. Damals. Als wir das mit der ID gespielt haben. Nö. Aber irgendwie kommen die hier immer vorbei. Vielleicht spawnen die wirklich in der Mitte. Ist mir scheißegal. Ich stelle jetzt meine Einheiten hier ab. Trotzdem nervtötend. So abartig nervtötend, dass ich schon keinen Bock mehr habe. Äh, ja. Ihr marschiert da mit vor. Ihr repariert oder macht oder tut. Mir ist so egal mittlerweile. Einheit fertiggestellt. So, so. So, ihr bleibt mal hier. Nein! Oh, falscher Knopf gedrückt. Falschen Knopf gedrückt. Und die kommen jetzt nicht raus, weil sie feststecken. Oh Gott. Im Himmel ist das scheiße. So, Menschen-Queen. Dann werden wir euch da hinschicken. Ist doch mir so Latte mittlerweile. So, ihr müsst mal aufpassen, weil wir wissen ja. Gegner ist böse und so. Position halten. Vorher nach eigenem Messen. So. Chef. Ja, die bleibt jetzt hier. Okay. Und wo ist die? Das sind meine Fertenkämpfer. Und meine Luft. Wie sag ich, die noch nicht markiert? Was soll der Scheiß? Oh. Oh. Ne. Das ist mir schon wieder zu nervig. Hätte es so einfach sein können. Dieser ganze Dreck. Aber es muss natürlich wieder. Aus dem Nichts müssen sie wieder ständig Einheiten. Äh. Reingepumpt bekommen. Wer sich sowas ausdenkt. Echt. An die Wand stellen. Und ihn da erstmal stehen lassen. Dass er darüber nachdenken kann. Über seine Fehler. So. So. Die drei macht aber mit. Und die eins macht hier. Oh. Jetzt geht er aber spazieren. Das ist aber schön. Tja. Basisoffen. Noch besser als der Hintern. So. Jetzt können sie sowas nichts mehr machen. Jawohl. Jawohl. Können jederzeit wieder irgendwas rein spawnen. Und da gucke ich wieder ganz dumm aus der Wäsche. Und die laufen dann mal gemütlich da grob in die Richtung. Das ist ja eine Scheiße. Das mit dem rein spawnen. Das muss echt nicht sein. Also das letzte Mal, dass wir das hier hatten, haben wir als, ähm, ja, haben wir von den Aliens hart aufs Maul bekommen. Warum? Weil sie endlos gespawnt sind. Jetzt haben wir das gleich im grünen. Die LC spawnt jetzt hier einfach mit ihren krassen Massenvernichtungselektroscheißkanonen fliegenden, ja. Einfach mal so, was es können, in die Landschaft. Natürlich können die jetzt einen riesen Abwehrriegel hier aufbauen. Ah, da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Oh, was denn hier schon wieder für eine Scheiße? Achso, ja. So, und aus denen? Ach, die haben wir auch mal mitgeschickt. Vor 100 Jahren. Na gut. Schicken wir sie jetzt. Besser jetzt als nie. Oder so. Komm, ich habe keinen Bock, euch noch aufzuwerten. Ja, das muss ja sein. Irgendwie immer kurz vor knapp. Die letzten Missionen sind immer so beschissen gemacht, weil sie auf so eine ganz billige Art und Weise versuchen, schwierig, äh, ja, Schwierigkeit, ja. Irgendwas zu erzeugen. So auf biegen und brechen. Oh, und jetzt machen wir, und jetzt lassen wir sie endlos bauen. Und jetzt schicken wir dies. Und jetzt machen wir das. Jedes Mal der gleiche Scheißdreck. Und jetzt nehmen wir eben die Möglichkeit weg, Panzer zu bauen. Und man merkt, ach ja, ich muss ja ins äußerste Eck rennen, weil da ist ja noch was. Aber die sind mal wieder oben gestartet. Interessiert das? Aus mich nicht. So, die sind zumindest mal... So, was haben wir hier? Tollen Troopers. Brauchen wir die noch? Für irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Ach so, wir können ja mal Spaß haben, die Einheiten reinschicken. Luftabwehr brauchen wir jetzt also auch nicht mehr. Toll, gut, dass ihr gebaut habt. Gut, dass ich sie da habe. So. Mal überall verteilen, wenn jetzt von oben wieder die Viecher gespawnt werden. Jetzt ist aber Ruhe. Warum? Kommen die wirklich hier raus und werden sofort vernichtet? Und ich kriege es gar nicht mit? Warum spawnen die nicht mehr? Vor allem die LC ist ja platt gemacht. Ich schaue mal ganz kurz. Vernichten sie Streitkräfte der LC. Fertig. Und trotzdem schicken sie noch die guten die gelben Engel. Oder was? Die gelben Piss-Engel kommen angeflogen. Die haben beschissenen Elektrokanonen. Echt, da kann ich ausrasten bei so einem Scheiß. Na klar, ne, cheat und sowas in irgendwelchen Echtzeit-Schreitigen-Spielen, das ist ja der Standard. Aber man kann es echt auch übertreiben. Vor allem, wenn es halt solche Truppen sind. Ist ja wie wenn wir, keine Ahnung, man stellt sich vor, Kommand und Conquered, ne? Und, äh, ständig werden einem, weil es selber not, nicht viele Ressourcen, aber ständig kommt irgendwie so ein Dreier-Trop, ähm, Mammut-Panzer und reißt einen den Arsch auf. War das ein Bruder-Vergleich? Ich weiß es nicht. Weil die sind eigentlich, äh, die sind noch machbar. Gut. Machen wir hier mal schön klar Schiff. Der Flächenschaden dürft ihr alles hier wegreißen. So sieht's nämlich aus. Läuft. Okay, das kleine Vieh macht hier mit. Schade, schade. Immer müssen sie mich kurz vor knapp noch mal ärgern. Einheit verloren. Machen die wirklich absichtlich. Ich kann's mir nicht anders vorstellen. Ach, da vorne steht auch noch ein Neidchen. Ach ja. Ne, lass das mal, lass das mal, lass das mal sein. Läuft zurück. Seid nicht dumm wie Brot. So. Schießen wahrscheinlich alle auf mich. Aber das macht uns nichts, denn wir sind super Falknade, super Michelle. Tür geht wieder zu, auf, zu, jetzt entscheidet euch mal. Die werden beschossen, raffen das nicht. Ist okay. Gut, KI. Sehr gut. Die Wand hast du. Interessant, auf was für das Ziel er primär losgeht, ne? Natürlich nur auf die besten. So, schon noch das grüne Zeug, weil der Rest ja platzt ja sowieso durch den Flächenschaden. Was für eine Scheiße. Irgendwie mal nervig ohne Ende. Man hätte auch einfach nur die vernünftig gegeneinander kämpfen lassen. Wie ging die? Wäre ja in Ordnung gewesen. Aber das noch zusätzlich irgendein Dreck spawnt aus dem Nichts, das, also, ne. Schlimmer noch, als wenn man nichts machen kann und abgeschlachtet wird in der Mission, weil man, ne? Na, hoffentlich. Ja, frag mich mal. Wir brauchen eine Auslöschung. Tja, beim nächsten Mal gibt's mehr. Ich bin raus. Denn es liegt ja die letzte Mission Überraschung. Ich bin raus. Bis dahin. Ciao, ciao.